wir kommen zurück zu einer weiteren freude der meinschaft heute ist hier in einer richtung und ja ich hoffe ich weiß nicht woran das lief mit dem rücken ich hab's jetzt mittlerweile aber ich habe eine ahnung woanders lief dass es rückt und zwar wenn ich mir mal so in arbeitsbarrieren kugelt der muss jemand vor wenn ich so 20 minuten spiel des vermerkschaftsachtige arbeitsbarriere ja kann man ja so und die haftige arbeit hat er es momentan so was ist das ist für gigabyte ja die benötigt und darf so 20 minuten oder so ja nicht immer von da bist du immer 10 11 12 13 gab es meine ich habe 64 die arbeit also das liegt nicht zu wenig aber er nur fährt einfach irgendwann voll da und der reiner weiß ich nicht so laut tut das hat er vorher auch funktioniert nicht so und ja dann gucken wir mal dann das hat man unter beobachtung ich hab jetzt mal den ich habe jetzt mal noch ein bisschen mehr zugewiesen ich habe jetzt minecraft noch nicht zugewiesen dann gucken wir mal dass es besser ist nicht so und ja trotzdem wenn man liebe leute normal wirklich viel vielen dank an euch alle ja vielen vielen dank für die für die ganzen feedbacks und für die für die ganzen fleißigen abonnentorunis ja vielen dank für die ganzen abos und würde dankeschön da hätte ich jetzt nicht gedacht dass das ist das in so kurzer zeit doch dass es so wachsen kann ja nur dankeschön wirklich danke danke ja ich würde mich anderen über euch bedanken aber der reiner hat hat nichts wo sich doch lohnt euch zu bedanken vielleicht wenn ich bin wenn wir die tausend abonnenten haben dann machen wir ein gewinnspiel selbst versträgt die ich schwöre gut versträgt bei tausend abonnenten machen wir ein gewinnspiel für die kommunizierten ja da denke ich mir was aus so jeden was man jeder gebrauchen kann ne da kommen wir mal und das machen wir auf jeden fall ja das ist so sicher wie der armee in der die ich wäre okay gut der reiner geht jetzt nicht beten ne aber gewisse oder immer ne und siegler-ein-görfchen und das ist aber gut hallo liebe neute hier ist könig reiner der hat das andere sehr viel hat er auch schon übernommen wusstet euer eisendolm was sagt ja das geht kann man hier bei euch vielleicht jemand mit da guck mal da ist meine eisendolm war ja king in werde ich jetzt wie werde ich jetzt ja die gieb der reiner ist jetzt natürlich der hat dieses dörfchen jetzt auch eingedommen ja bei dem netzendörfchen riskiert der reiner jetzt oder nur ein kann ich kann das wort nicht ausspringen ich kann das wort nicht ausspringen digi was ist mit mir los ihr müsst ihr reiner ein butterbrot machen und zwar sofort ansonsten ansonsten wenn der reiner jahre wieder hab das nicht so was ist mein mit der reiner jahre der reiner jahre ist nicht du du kannst dich stehen schlafen so ja ah schön ne also das ist ja auch schönes dürfen wir gucken sind noch mal ein bisschen mal sowieso nicht da und dann ist ja auch nicht froh jetzt noch ein bisschen mit dem wir nicht wieso nicht wieso nicht dann kommt denn ich hab mich denn auch nicht ok gut ja dann noch nie euch jetzt wieder dann mach ich euch jetzt wieder in Ruhe ne Biggie so also mal, ich nehm dich auf, ich nehm dich verklemmert weg, dann ist ja eigentlich auch voll du bitte verklemmert den Verkünseln ah geil, scharfe naja wir gucken mal ne geht auf jeden Fall die Gegend los ja gut natürlich hier was dann ne was soll so und das sein die glaube, was haben wir denn hier auch keine alten Bibli so, das was ich besuche, habe ich bei mir so ja man, ja, wir sind jetzt auch wieder bei wir sind auch bei, ja, 8.50 keine Ahnung, 100, die weiß ich nicht also, ist ja kein Plan so, der Leiner würd gerne an der Duchen das Problem ist da ist noch bisschen, die weiß ich nicht was, das heißt, Gott hat einen Swerver, das war nicht, das war nicht, das war nicht mit Gott vom Einigen mein Gott, ich weiß, dass immer immer die Kloppe, du nehm? also, ich kann das ein Tag, wenn du, würde ein Mann wenn du Einigen gehst, dass die Kinder, bei Kloppe, du nehm? das ist nicht, das ist das ist, dass das nimm glaube ich das problem ist die leute sich selber nicht als das problem man ja diese die sie sehen ja viel eher dass du das problem ist aber du dich dazu für die frau fix einfach mal ein beispiel so pass auf die alte ist da mit dem gang und ist die regale aufwählen er ist am arbeiten so dann kommt da eben der andere ja die städt ihren einkaufswagen dahin dann trifft sie den kerl dann die kürzchen so die blockieren den kompletten gang so und normalerweise ist im reiner hat der scheißegal dann geht er außen rum aber die stunden direkt vor den tomaten die auch vor dem passierten tomaten und bettys reina der gettys ich soll passierte tomaten mitbringen und jetzt habe ich gesagt die muss da mal dran ja dann guckte mich an der jahre spiel läuft diese ich muss da jetzt dran doch jetzt mal zur seite da waren die beleidigt und da waren die beleidigt die man hat sich so hingestellt hat das ist nicht das problem wie unfassbar das ist jedes mal so das ist immer das ist jedes verfickte scheiß mal so warum ist das so warum macht das so ein scherz ist glaube ich glaube ich glaube dass die auch nicht das ist ja nur eine preview und ob die fallen vielleicht muss ich da halt auch wirklich wieder ganz normal auf auf die standardversion spielen wenn ich da nicht so gehört und so was alles wo ich kann mir anders nichts kann es mir einfach anders nicht das ist das weiß es einfach keine ahnung also wir wollen ja alle immer wieder leider erinnern der freundin nicht dabei nicht die wollen nun zu den meiner angenen werden ja mind grab lang ja ich weiß nicht richtig gut ich bin schon ein bisschen ich meine bis heute mit mir jetzt offen geht sie nicht wo wir gehen auf alle Almen da genau da da ja they are mit internet ist nicht nur die Person. Gleich ist auch einfach der Dörflos ist froh, vielleicht wird auch die Dörflos die Dörflos sind, also die Dörflos sind der Einzige was ist, dass die Dörflinge Teeth gleich, dass man den Uteniert so aber das ist nämlich hier Dörf Dörf ich hab ja hier so ein Überwachungsprogramm nebenbei laufen immer und meine CPU ja, also mein Prozessor ist bei 36 grad das nächste 30% Auslastung so jetzt bei 33 Temperatur die Grafikkarte ja, ist bei 52% Auslastung also äh, ich weiß ja jetzt nicht was jeder Problem ist, ne? das das weiß der Leiner nie das bin halt auch letztendlich mal gespannt, dass er jetzt endlich mal aufm anders geht seit 4 Tagen seit 4 Tagen wir laufen seit 4 Tagen einfach Streckler raus daß nichts passiert es hat immer die ganze Scheißpion ne? das muss man das einfach mal so sehen ne? das muss man jetzt einfach mal so sehen das muss man jetzt einfach mal so sehen ja da nicht der mann hätte sich nicht um euch gekümmert wir gehen jetzt weiter ducchi was geht das kätzchen das kätzchen hier ist jetzt zu mir und da halt mir doch der arsch ins gesicht was soll denn das mensch ducchi jetzt also unglaublich die katze kommt und hält mir arsch ins gesicht also wieso nicht genießt wenn ein popo noch riefen oh ist das denn ein das heißt die gar nicht jetzt mal ein bisschen nacken das ne dann passt das doch einfach geradeaus einfach aus bis hin was bei uns kommt das problem ist wir wollen immer gerade auslaufen ist irgendwas spannendes passiert jetzt ist halt nur die sache der einer kennt sich so gut aus in minecraft der weiß gar nicht was jetzt so was behebt die vielleicht so eine spawnrate von nur um ein prozent hat oder was das liegen das kann sein ich fahr halt einfach an hier wird vorbei und denk mir was das denn von scheiß wo dann an einem weg ist okay mein kopf um ein gut so ja warum wackeln so ist es immer die mein da müssen wir halt einfach wirklich vielleicht mache ich auch so dass ich die welt auf dem server lade und auf dem server connect das muss man ja einfach mal und die man jetzt gar einen microsoft server sondern ein eigenes server kann man ja gewisse spiel verlassen vielleicht mache ich das so vielleicht habe ich dadurch dann auch ein bisschen die arbeit ist ja oder so müssen wir mal gucken müssen wir mal gucken auf jeden fall wir sind es erst mal wieder dunkel sind dabei in die offizie war die medien es erst mal was das denn das sind schildkohl super jetzt noch ohne scheiß leute früher ja in den siebzigern und ich meine sogar noch in den achtzigern hat man schildkohl super gekriegt in dosen zu kaufen des karton des kaffees dick ist das hat man zu kaufen gekriegt aber das war so ein necker wenn das hat an der sanz für eine karriere schmeckt bitte ich ja und dann war es von jetzt auf gleich was immer weg der beweis ob david geschehen kurse denn dann wer weiß wenn die da verarbeitet haben da kommt ja auch dazu und dann sagt jetzt findet ihr und zu regnen zu regnen zu regnen zu regnen zu regnen zu regnen wir haben wir erst auf heute ist man sonniger tag da freut der reiner nicht da macht ihnen die wichtigen tonne ja erst mal sonne und der reiner wieder definitiv display ist mein garten setzen ja und an den luchstuhl der schilder bei der sonne setzen weil er knallt ab ist war mit mir und sonne da brauchst du siehle als aktiv als anzieher ganz schön erweitern 1 passen muss das alles muss passen werden dürfte nicht ergänzen meine ich wieder eingehen wird jedenfalls großes siehle ein jahr schon selbst aber ich weiß nicht wer das ist und ich glaube ich bin dann vorbei t das ist ein arm an wie ich jetzt also das ist das ist nicht so ein berg haben die mir sogar ausgeben bambus ich hätte so weit jetzt fahren müssen für bambus kommen wir nicht so dann scheiß ernst aber die sind jetzt in zungen kann er sein ist das der jungen bis die jungen ja wir haben es geschaffen eine man ein Schusserlosen denn da is so viel Noll ist schrven, won't happen juhr he'll 2 pach und wo man fuhr ja uh Das ist ja das ist ja des was machte langer fast du h eh des was machte dann Eihe of course okay es soll ich gegen das Scheißerlne ja das wort immer einer fand was ja die ich bohrt hat aber nicht mehr das war jetzt nur um den einer zu benötigen wer auch scheiße hier komme ich auch nie nebendurch das würde ich aus und dann laufen kann ich mich jetzt einfach da so fertig würde das glauben nicht dass ich hier aus und kommen so dann gehen wir mal hier aus dem und dann kommen wir mal auf der die Aufregel hier kommen nach everyone I'm over stuff that's enough I thought the zombies if I'm pistol I'm like das ist nicht schön immer so weil keine ahnung der normale bio war ja vorgeberge du bist jetzt auch vorgeberge so wie ich bin also ich bin ich langsam fahrt von den werden so ist das nicht ist die das ist auf jeden fall der jubel service der jubel das kann save der jubel so zack 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 das ist doch das was ich vorhabe gerade ausgelaufen bis nicht mehr geht ich glaube das ist auch jungen der bs ich weiß es ja keine ahnung es ist wie minecraft die welt generiert werden ist das kann der weine an die sorgen ok wird es sind wir wirklich im zugekommen ich stelle ich hier gleich gehen vorbein sinken und sterbe das wäre nicht so schön weil der kong ist noch irgendwie sache wo der reiner überhaupt keine ahnung von hat und sich einfach nur denken sie ja scheiße habe ich weg damit was so mit dem schulz so dann war es schon was ist das ihr seht das nicht richtig den ordner das was 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 ist das auf die füße der auf die schüße und so und jetzt kommt wieder ganz normale scheiß gibt die scheiß bio man ja anfängt jetzt haben wir schon im zweiten mal mit dem godam angelegt mit dem eisenhule ja und natürlich dass wir sehen das war deine mutter das ist dein papi zu sehen ja was bist du denn für ein kleiner siehst du bist ja ein kleines ist es sparen färbelchen kalt mann guck mal hier weißt du 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 du von der rynna mehr auf der auf steht steht ja so und wir machen hier überwachen dass die von oh die markt lade aus wird gerne mal wissen und kann man nachgucken wie weit man schon ausgelaufen ist wird doch angezeigt wie viele blöcke man sich schon bewegt hat ganz viel quere hier sind aber ganz schön viele tiere du aber da scheint ihm was geht so Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fynnisch. Was ist das? Was ist das? Jetzt bin ich noch. Ich weiß, dass ich jetzt einen Liedel bin. Ich weiß nicht. ich weiß ja auch gar nicht ob ich andere Tiere gesehen habe, oder ob es auch andere Tiere gibt, aber das weiß ich dann nicht, ob es wirklich nur die Tiere gibt, die man bis jetzt gesehen hat. Ja, also Fische, klar, hier Schafe, Brüder, Pferde, Esel habe ich gesehen, Küchen. So, aber ich freu es euch nicht so ein bisschen auf mich auf, ich sehe die Flan, so. Mein Schieben habe ich auch gesehen, wenn du mir auch in mir hier, ob da die Tiere war. Ne, dann muss ich hier, wenn ich da einfach nur so zugeben, ne. Blöd. Da, 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 nach oben. Und. Ja, genau. Nimm mich mal, wo ich schon hier. Oh, Leute. Ist immer noch komisch neblig und so. Ich weiß allerdings nicht, warum. Egal. Leute, guckt euch grad an. Ja, ich würde sagen, wir laufen in der nächsten Folge Tag 5 weiter. Ja, ich stelle mir hier schon mal aus, muss was essen. Der tut ja nur noch, ne. Woher, ich will mir da Bettchen schon mal gehen, ne. Zack. Und du wirst schon mal schlafen, ne. So. Und du, so. Und du bist vollhaft. Also, okay. Das habe ich jetzt gar nicht ausgesehen. Ja, gut, Leute. Dann, würde ich sagen, der nächste Folge jetzt weiter. Straight. Gerade aus. Wenn du dir gefallen hast, lass ein Like und ein Abo da. Ja. Ansonsten, gar nicht, ne. Zweifel ist das. Aber, denen es nicht gefällt, ja. Kann gerne Downloaden machen. Aber, die Scheiß-Kommentare könnte ausbauen. Alles klar. Bis dahin. Auf Wiedersehen.